Wenn eine Rohrleitung undicht ist, ist schnelles Handeln gefragt. Eine einfache Lösung für Leckagen ist die Reparaturkupplung von Fränkische für die Installationssysteme Alpex F50 Profi und Alpex L. Mit dieser Kupplung können Leitungsbrüche, Angebote Rohre oder sanierungsbedürftige Bauschäden abgedichtet werden. Zusätzlich zu den bisherigen Größen 26, 32 und 40 mm ist die Reparaturkupplung nun auch in den kleineren Dimensionen 16 und 20 mm verfügbar. Jetzt können also auch Rohre mit kleinerem Durchmesser bei einer Leckage einfach repariert und dauerhaft abgedichtet werden.